Hallo Leute und willkommen zu dieser Folge von Spaceflight Simulator. Heute baue ich eine Saturn 5 und in der nächsten Folge werde ich sie zum Mond bringen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Hier oben ist der Lounge Tower, hier ist das Service Modul Und hier ist der Mondlander So, das ist die dritte Stufe So, das ist die dritte Stufe der Kanteilung des ZDF für funk, 2017 zweite Stufe und jetzt kommt die größte Stufe von allen. Das hier ist eins zu groß, das hier auch, so das war es auch schon. Jetzt die erste Stufe, ganz unten, die zweite Stufe, die dritte Stufe, der Mondlander, das Service-Modul und der Tower. Untertitelung des ZDF, 2020